Ich will meine Zeit vergolden. Oh, es wird Nacht, Sebi. Ja, stirb. Es wird Nacht. Ich röst mir eine Kartoffel. Weißt du, was ich dazu sage? Äh, du Kartoffeldieb. Äh! Wieso Weihnachten? Es ist doch noch nicht so weit. Doch. Nein, sind wir hier im Supermarkt? Ja. Ich geh weg. Hallo, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich probiere mal was anderes aus. Ach so, und ich kann fliegen. Aua. Auf zu schieten. Ich kann fliegen. Ich fliege ums Haus. Ist jetzt auf zu schieten? Du findest mich nie. Nie findest du mich. Oh, Vorsicht. Klaus Dider. Was machst du da oben? Ja, ich heiße Klaus Dider. Kann man das eigentlich auch sehen? Warte mal, F5? Ne, meinen eigenen Namen sehe ich nicht. Schade. Siehst du nur auf der D-Map aktuell. Ich kann mir aber keine Lampe aufsetzen. Alles kann ich. Der Baum ist ja interessant. Hier müssten wir auch noch das Loch stopfen. Musst du neu connecten. Dann hast du Lampe auf. Ich will aber jetzt nicht neu connecten. Oh, dann hast du Lampe auf. Ich kann doch das auch so machen. Warte mal, ich komme runter. Entschuldigung. Ich warte auf dir hier. Guck mal, hier müssen wir aber noch bauen. Das müssen wir noch mal zu machen. Was sind das für Geräusche? Was ist das da hinten, Herr Sebi? Folgen Sie mir den Licht. Ach, warte mal. Mir fällt gerade was ein. Wir haben ja zwei Hände, ne? Hm. Jetzt nehme ich in einer Hand 36 Fackeln. Ist das schlau? Klar. Ach so, ne? Dann ist gut. Stimmt, mach das so. Ach ja, du hast ja eine. Ja, das geht ja hoch. Kürbislaterne. Ja. Herr Sebi, was wird das denn hier? Nix. Das ist aber ein großes Nix. Ja, das ist nix. Und wenn jetzt Tag wäre, dann würde das noch richtig schön aussehen, ne? Oh, ich gehe ja schon ins Bett. Ach ja. Ja, Admin halt. Ja, genau. Ist ja auch unser Server. Da können wir auch als Admin rumlaufen. Ah, ist das ne Knab? Das ist ne Bank. Da steht Knab. Nein. Knab. Dreh mal den Kopf um. Ich dreh den Kopf um. Sonne. Ja. Jetzt sehe ich nix mehr. Hotelsonne. Noch im Bau. Aber das wird unsere Bank und das ist die Deutsche Globus. Deutscher Globus. Deutsche. Deutscher. Na gut. Herzlich willkommen in ihrer Bank, Deutscher Globus. Jetzt steht der Text hier auch richtig. Das hat nur am Ressource-Beck gelesen liegen, Sebi. Hier steht jetzt auch Herr Fleischhauer und da steht jetzt Frau Leichtesflittchen. Ja, Frau Leichner. Frau Leiche. Die sich gerade nicht zeigt, sonst wird man ihren Namen. Ach, die haben wir letztes Mal noch hier hingesetzt. Die hier, ne? Guck mal, da kommen sie auch nach vorne. Hi. Warte mal, ich nehm mal was anderes. Hi. Was denn? Bist du unzufrieden? Ist der Kaffee kalt geworden? Blöd, Mann. Ist nur der Mindestlohn. Ja, wir haben für den ganzen Tag da rumstehen? Und das hier, das wird dann unser, dein Bezahlsystem, was du dir ausgedacht hast mit Konten, ne? Hm. Wie viel gibt es? Zwölf. Tatsächlich. Warte mal, ich muss mal nach oben. Ja, ich warte. Zudrück nur für Mitarbeiter. Ich pass hier nicht rein. Ich habe ein Konto. Konto 1. Da reinwerfen? Da? Ja, wir fangen rein. Äh. Kuh. Und jetzt? Leuchtet Konto 1. Ah! Ist Konto 1 aktiv? Du, da leuchtet auch Konto 7. Ja, ja, weil Konto 1 und 7 sind verbunden. Was? Dann weiß ja der von Konto 7, der Inhaber, wie viel ich auf meinem Konto 1 habe. Doch, nur die Lampe. Ich weiß nicht, mach. Lass mich doch sappeln, du kennst mich doch. So, hier kriegst du noch den Administrationsschlüssel. Dann kommst du auch in die Tür rein. Das war ein bisschen viel geliehen, ne? Ja, gleich reinstellen. Bitte Schlüssel nehmen. Ich habe ihn. Guck, ich habe ihn. Das ist noch alles sehr... Oh, Herr Sebi. Nein, lass das. Herr Sebi. Nein. Wollen wir eigentlich streamen, Herr Sebi? Nein. Nein. Mach ich zwischendurch. Nee, ist nicht so schlimm. Och, ist schon gestartet. Ernsthaft? Ohne mich zu fragen. Ich muss das doch dann verkündigen. Oh, hier wird ganz viel Redstone gebaut. Nice. Ist alles sehr platzgroß gebaut. Ja. Weißt ja, hier ist Mülltruhe. Da tue ich den Adminschlüssel rein, ne? Ey. Wenn ihr oben reinfisst, landet er sogar da. Boah. Also sowas, das kann ich immer nur bewundern. Da habe ich überhaupt keinen Schimmer von, was du hier gerade konstruiert hast. Das ist ja noch Pille-Palle. Ja, ich weiß. Das Dornensystem wird nachher schwer. Ich habe Sachen gesehen, die sie gebaut haben, so mit Redstone. Also, boah. Da war eigentlich gar nicht viel zu sehen. Und dann hat man in die untere Ebene geschaut, wo dann die ganze Verdrahtung war. Boah. Kilometer. Das Lampendesign habe ich billig gemacht, aber das Dornensystem wird noch witzig. Wo kommt der Adminschlüssel hin? Der ist noch in dieser Truhe. In dieser, gut. Dann packe ich den natürlich da wieder rein. Ist drin. Und hier unten kann man dann später die auszahlen. Ach, das kommt ja noch. Also, Sebi hat hier noch viel zu tun. Ganz viel. Aber ihr seht, hier passiert was. Einen Supermarkt wollen wir ja auch noch bauen, ne? Also hier kann man dann Geld... Ich habe Angst. Ich komme hier raus und es gewin... Was hast du gemacht? Hä? 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 Nix. Du warst halb unsichtbar. Ich war nicht unsichtbar. Halb. Bin nicht unsichtbar. Ah! Aua. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Überhaupt nicht unsichtbar. Nein. Ich habe dich nicht gehauen. Du warst ja gar nicht da. Ich habe nur so in der Luft gestanden und gemacht. So, so. Guck, so. Ich habe Gammelfleisch. Warum? Da hast du. Willst du jetzt streamen? Wenn du möchtest, kannst du das machen. Ach, lass mal. Ich habe was vergessen, Sebi. Ach, ich weiß. Ist das laut genug, Sebi? Mhm. Gut. Ah. Ich liebe es. Ich habe das auch echt vermisst. Der Sebi hat jetzt im Moment auch richtig viel zu tun. Ganz viel arbeiten, ne? Ja. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich habe immer viel zu tun. Genau. Und deswegen kommen wir eigentlich im Moment zu gar nichts. Wir wollen noch was anderes, ne? Wir wollen ja was anderes noch bauen weiter. Und ich muss aufstoßen. Wo willst du hin? Verlaufen. Ist da noch was versteckt, was ich nicht kenne? Nö, verlaufen. Ach so. Mir ist aber zu spät aufgefallen, dass die Bank falsch rum ist. Ja, das macht nix. Ich baue da hinten eine Stadt, dann passt das. Ja, deswegen. Das kann ja schon ein bisschen abgrenzend sein zu dem anderen hier. Das Dorf ist ja so altertümlich. Oh, das Wasser ist schön. Nein, nein. Ich bin Jesus, ich kann auf dem Wasser gehen. Nein. Doch, ich gehe doch gerade. Wann macht hier mal seine Erdklumpen hin? Entschuldigung. Hast du was gegen meinen Klumpen? Du baust eine Burg mit Mauer und das übersiehst du. Nee, das hatten wir letztens. Kannst du dich erinnern, wo wir die Kühe geholt haben? Da waren hier zwei Kripper hier unten. Da habe ich doch noch gesagt, das müssen wir mal zumachen. Und dabei ist es geblieben. Da könnte ich mich ja auch drum kümmern, aber wir haben noch was anderes eigentlich vor, ne? Oh. Herr Sebi, hier kommen wir nicht durch. Also ich schon. Ich komme hier nicht durch. Nein, ich bin nicht... Oh. Das darf er nicht wissen. Er hat es nicht gesehen. Ich auch. Was denn? Abkürzung. Gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich hole mir doch mal einen Kürbis. Was holst du dir? Käse? Kuchen? Kürbis? Oh. Ach, ich habe wieder keine Schere mit. Ja, die Kürbis war mir. Jetzt fühlt mir das aber ein bisschen zu laut. Ich mache mal ein bisschen leiser. Ah, ich habe was vergessen. Wie immer. Ich muss doch Elan ausmachen. Kommen wir in meine Meldung rein. Wer hat denn den Baum hier so abgeknappert? Ich nicht. Das ist hässlich, ne? Gibst du mir bestimmt recht, ne? Ein bisschen. So. Schon geklärt. Verschwinde! Oh. Habe ich hier Staubsauger gerade gemacht? Hm, vielleicht. Ja, wir hatten ja hier was angefangen und... Weihnachtsbahnbüro. Genau. Weihnachtsbahnbüro. Oh, nee, ich muss hier... Wo schlafen? Wo bin ich? Oh, ich bin in deinem Kopf. Ah, ah, ah. Du hast uns für tot erklärt. Ich habe euch für tot erklärt? Dann wird das wohl einen Grund haben. Leck mich doch und zock. Ja. Haben wir eigentlich noch ordentlich Glowstone, Sibi? Weiß ich nicht. Haben wir hier was drin? Nee, ne? Packst mir mal was leichteres. Soll ich erst mal Glowstone holen? Wir müssen ja auch noch Beleuchtung machen, ne? Wenn du ein Drohensystem da hinten durchziehst. Ich guck mal. Ich bin gleich wieder da. Das dauert nur eine Sekunde oder zwei. Erster da ist. Erster. Arschloch! Und zu mir schiet der Sagen. Warp ist legal. Ja, ja. Warp ist illegal. Das ist eine Funktion, die jeder hat. Der Herr damit seine Entenrechte nicht weiß, wohin. In deinen Arsch. Wir müssten aber eigentlich noch Glowstone haben. Hier sind noch Goldbahnen. Die gehören hier gar nicht hin. Bestimmt wieder nicht gekennzeichnet. Nicht 32 Glowstone habe ich gefunden. Das ist nicht viel, ne? Reischt. Oder komm. Können wir noch mal einen Sneed. Hier ist noch Glowstone. Haben wir aber noch Halloween. Das war mein. So. Willst du nicht mal einen Sneed da? Gleich. Ich will nur den Glowstone jetzt schnell da hinbringen. Den brauche ich ja nicht mitschleppen. Wäre ja doof, ne? Du musst die Geräuschkulisse da schön aufnehmen. Ja, das mache ich auch. Ich habe sogar die Glücksspitzhacke. Das ist cool. Nicht, aber was braucht man? Die Eichenbretter können hierbleiben. Bisschen Essen habe ich. Das Holz kann hierbleiben. Die Kürbislaterne. Kürbisse. Was macht man damit? Essen. Essen. Essen ist gut. Was ist das? Geschnitzter Kürbis. Was macht den Lama an der Farm? Äh. Ich warte hier schon drei Jahre. Ja, gleich. Ich muss nur noch ein bisschen leer machen. Ich habe auch noch Glas mit. Das kann ich eigentlich nicht. Nein. Gott. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Das Glas wollte ich noch in der... Wo sind sie denn? ...Truhe lassen. Ich komme ja schon. Hörst du, dass die zu dir kommen, Musik? Oh. Meine Fakten. Wo sind sie denn? Beim Nasertor? Ja, wie immer. Guck mal. Ich komme schon ganz eilig angeflogen. Mir wird ganz schwupprig. Uah. Da komme ein neun Neter. Oh. Oh. Muss der denn bloß dran denken? Dass ich reinschreibe, dass ich ein anderes Texture Pack habe, ne? Kannst du denn die Kulisse des Neters? Ja. Die Kuhlisse. Warum sind so viele Pikmeld? Oh, ein Schweinemann. Nackte. Komm, fünf Euro werden wir in den Haus. Nein. Ich hau keine nackten Männer. Oh. Oh. Kann ich hier eigentlich auch fliegen? Ah, ich kann hier auch fliegen. Und wer? Ja. Hilfe. Hui. Komm. Läuft alle in die Lava. Ja. Hast du? Da läuft er. Ich gucke mir das von oben an. Wie gesagt. Das sind meine fünf Euro. Jetzt willst du fünf Euro von mir? Ja. Ui. Jetzt die Töte werden zehn. Aua. Wenn sie mich töten, habe ich null. Dann kriege ich fünf. Ah, Feuer. Mehr bin ich ziemlich wert. Oh. Oh, was? Ich habe gebrannt. Das war unfair. Ah, die Schieten. Schon wieder? Warum höre ich den Herzschlag? Ist das... Hä? Ich habe Herzschlag gehört. Oh, kleine Zombies. Höre ich denn deinen Herzschlag? Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich höre gerade mal Musik. Ich habe sie ein bisschen leiser gemacht, ne? Ich bin gerade beim Ernten. Aber weißt du, ich habe eigentlich gar kein Problem damit, dass wir bestimmte Dinge können. Schließlich sind wir ja die Bosse. Für uns Ganze. Vorsicht. Also, in der richtigen Firma hat der Chef auch mehr Vorteile als die Mitarbeiter irgendwo, ne? Findest. Nicht? Ah, Pickpans. Ich habe doch nichts gemacht. Er sagt ja immer. Ja, eure Brüder sind so gestorben. Na. Er kann doch nichts dafür, dass er keine Badewanne in der Nähe hat. Die sind alle erstunken. Oh, ein bisschen niederwärts. Ich baue Glowstone ab. Bist du wieder am Sterben? Nö. Ich habe hier wieder Herzschlag. Weißt du was? Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. So, dann wird sie zwar kaum zu hören sein, aber damit wir die Atmosphäre hier mehr genießen können, ne? Kannst du ja auch kurz ausmachen. Vielleicht hörst du denn das, warum. Warte, warte. Dann muss ich nämlich... Dann... Die Geräuschkulisse ist so schön. Ja. Die ist cool. Also dieses Soundpack ist total genial. Sollten wir das vielleicht auch mal verlinken? Oder reinschreiben, welches wir benutzen zumindestens? Würde ich dem so nix bringen. Dafür brauchen sie das Plugin dazu. Ach so. Ah, alles klar. Und das hast du ja dann... Das macht ja der Sebi alles. Da hat der alte Mann absolut keine Ahnung von. Dem reichen schon seine normalen Server. Uh. Ich will mal gucken. Ich hab schon ein bisschen was zusammen. Ich hab schon fast zwei Stacks. Glowstone. Aber wir brauchen noch viel mehr, ne? Mhm. Denn wir müssen das ja da unten schön ausleuchten, das Hotel. Müssen Nina mal das Soundpack geben. Ja, wir müssen... Wir werden es nicht da schicken. Beim nächsten Mal, liebe Nina, bitte nicht böse sein. Das ist sehr spontan. Beim nächsten Mal versuchen wir sie einzuladen, ne? Was? Wo ist denn sowas? Sie einzuladen oder dass das spontan ist? Nein, einzuladen. Höchstens ausladen. Ich vermiss meine Nina. Ja, die ist momentan nicht gut drauf. Was hat sie denn? So einiges. Oh, Frauensachen? Auch. Ich hab sie ja lange nicht gesprochen. Das Insiderwissen. Ja, du hattest noch ein bisschen Kontakt mit ihr, ne? Ich bin ja auch ich selber schuld. Ich könnt ja mal was... Wir haben ja eine Gruppe bei unserem Messenger. Apropos Messenger. Wir hatten am... Wir hatten Datenschulung... Die Datenschutzschulung die Woche. Dann ging's auch um WhatsApp. Und normalerweise, ne? Normalerweise ist die dienstliche Nutzung von WhatsApp ein Datenschutzvorfall. Ein Meldepflichtiger. Weil... WhatsApp ja zu Facebook gehört und sich auch die Nummern aus dem Telefunkbuch von Leuten geholt, die gar nichts mit Facebook und WhatsApp am Hut haben. Und das ist ja verboten. Und Facebook also gesetzlich vorgeschrieben ist, dass solche Betreiber für die Nutzer eine Auftragsverarbeitung zur Verfügung stellen müssen. Und Facebook weigert sich, das für Deutschland zu tun. Und deswegen kamen sie da auf meldepflichtigen Datenschutzvorfall. Das ist interessant, ne? Es gibt aber tatsächlich auch kostenlose Messenger, die man benutzen kann, wo sie diese Probleme nicht mithaben. Und besser so. Ja, zum Beispiel Telegram, wo ich denn... Man muss natürlich bei der Einrichtung aufpassen, aber man kann das so einrichten, dass man nur explizit die einlädt, die auch Telegram haben. Und ich hab auch nicht mehr drin. Und Signal hat sie noch empfohlen. Ist aber top. Ne, ist auch kostenlos. Echt? Äh, Fiber war glaube ich nicht kostenlos. Und noch irgendeiner. Fiber ist aber auch... Und wenn ich was zu sagen hätte, ne? Ich kann das ja nicht entscheiden, weil... Das Problem ist ja, das ist wie bei dir. Du würdest genötigt, das zu benutzen, ne? Und so ist das bei anderen auch. Und wenn dann ausgerechnet die, die es besser wissen müssten, oder die dafür eigentlich als Vorbild dienen sollten, das dann auch nicht machen und sich dran halten, dann ist das natürlich doof. Für den, der mit denen kommunizieren muss. Hier ist aber... Au! Arsch! 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 Hast du den Schrei gehört? Der war so jämmerlich, ne? Hallo, Schibi! Ich hab grad überlegt, ob ich das hier abbaue. In der Lava. Ja, ich habe ja auch nur überlegt. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht reinfliege. Hast du denn jetzt genug Blöcke? Warte mal, in der Blöcke habe ich noch gar nicht genug. Ich habe zwei, drei Stacks. Das ist nicht viel, ne? Mach noch einen vierten, dann hast du 64. Ja, ich suche. Ich suche bloß einen, wo denn das nachher nicht alles runterfällt. Wenn das runterfällt, ich kriege ja nicht alles gegriffen. Willst du wieder nach Hause? Nö, also brauchen wir nur einen Stick.